Ja, ich bin hier gerade. Ein Projekt laufe ins andere. Ah, jetzt windet sie doch. Und ja, voll durch die Pampa, durch die Farm hier durch. Ich hoffe, das ist okay. Wir haben hier Grasfarmen. Ziemlich trocken, ich schade das Gras. Das ist ein Fluss hier. Jetzt ist mir gerade eingefahren, dass ich gar kein Geld mit habe. Ich glaube, das habe ich ja in der Rezeption abgegeben. Nichts, die ist wegschließen. Da habe ich ja gar nichts dabei. Gucken, ob ich da einläd, glaube ich nicht. Aber Wasser gibt es ja immer umsonst hier meistens. Aber die Aufsicht hier ist echt toll. Bananenmonokultur. Oder was heißt, ja. Da zwischendrin ist ein bisschen Kräuter. Jetzt windet es natürlich wieder. Kaum nimmt es Hände in die Hand. Jetzt wirstel ich mich hier durch den Urwald. Das ist gar kein Weg mehr. Jetzt heißer. Mittags mit zwölf. Wenn es hier ist, dann geht es noch weiter.